Mein Name ist Konstanze Kurz, ich bin Hacker und befasse mich mit Überwachungstechnologien. Und ich glaube, diese Aktion We Promise ist deshalb wichtig, weil bei den Wahlen in Europa die Frage, wie wir überwacht werden oder wie wir in Zukunft digitale Privatsphäre haben, eine wichtige Rolle spielen sollte. Und viele Parlamentarier, die vielleicht Parlamentarier werden, sich dazu bekennen sollten, dass wir Freiräume in den Netzen haben, die überwachungsfrei sind. Und vielleicht der eine oder andere Parlamentarier auch die Abschaffung der Geheimdienste fordert. Warum wählen wichtig ist? Ja, wenn man nicht wählt, kann man sich nachher auch nicht über die Politik beschweren.